Hallo Freunde des Hamburger Mattenfilters. Hier eine weitere Folge über die Wirkweise und über die Reinigung. Ihr seht hier ein wirklich stark verspritztes Aquarium mit einem Bodenmattenfilter. Oben seht ihr den Mulm. Der Mulm wird durch Kleinstlebewesen zersetzt und sickert in die Matte. Wir hatten das Thema schon, der Mulm ist das A und O des ganzen Hamburger Mattenfilters. Ihr seht sehr schön, wie die Schwebe- und Trübteilchen hier in den Mattenfilter reingesaugt werden bzw. rausgesaugt werden. Das Ganze funktioniert natürlich in umgekehrter Reihenfolge. So, unter dem Hamburger Mattenfilter hat sich natürlich eine Filterschlammschicht gebildet. Ihr seht das hier sehr schön, wie sich das über die ganze Zeit ablagert. Von Zeit zu Zeit muss das Ganze natürlich gereinigt werden. Die Matte an sich wird nicht gereinigt. Das ganze Prinzip lebt davon, dass eine intakte Bakterienfauna vorhanden ist. Ihr seht hier sehr schön, wie ich das Ganze absauge. Mein kleiner Geheimtipp am Rande. Das ist der perfekte Pflanzendünger. Ihr seht das Ganze hier aus einer anderen Perspektive. Sehr schön, die ganzen Schwebeteilchen und hier nochmal von oben. Das Wasser könnt ihr zu Hause natürlich mit einfachsten Mitteln selber überprüfen. Ich zeige euch, wie das am besten geht. Hier das Wasser mit dem Filterschlamm. Und wir haben den Tröpfchentest. Ganz einfach, drei Tröpfchen ins Wasser. Gucken, welche Farbe anschlägt. Vergleichen. Das selbe Prinzip, Streifentest, nicht besonders genau. Zum einmaligen Überprüfen ist es okay. Und der Leitwertmesser. Ganz einfache Bedienung. Nicht sehr teuer, aber auch nicht sehr genau. So, wie es aussieht, stimmen die Werte. Ich zeige euch hier gleich nochmal den Unterschied zwischen einem grobporigen und einem feinporigen Mattenfilter. Je nach Tier und je nach Bedarf ist das natürlich frei wählbar. Das war es schon wieder von mir. Ich danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, klickt mag ich. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Bis bald. Ich loder. Untertitelung des ZDF, 2020